Your favorite station Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlage der ORS in Wien. Wiederholungen erfolgen montags um 17 und 20 Uhr Lokalzeit ebenfalls auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 10 Kilowatt aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen sonntags 15.05 Uhr und montags 16.05 Uhr von Rundfunk Meissner aus Eschwege übernommen und auf UKW im Raum Nordhessen abgestrahlt. Es sind auch mehrere Web-Strees verfügbar. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt des Amateurfunks und der Kurswellen sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Magazin. Bei uns geht es vornehmlich um Amateurfunk und Kurzwellentechnik. Heute hören Sie Ausgabe Nummer 128, veröffentlicht am 17. September 2017. Ich bin Cody Farrin und ich darf Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der großen internationalen IARU-Tagung in der bayerischen Stadt Landshut. Rund 150 Delegierte aus 42 Mitgliedsverbänden werden eine ganze Woche lang über verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit in der internationalen Amateurfunkgemeinde beraten. Aus diesem Grund haben wir in der